Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tages-Taro am 22. Oktober 2017 Die Welt In diesem Taro-Energie fragen wir uns, wo ist mein Platz im Leben, wo ist mein Platz in die Welt. Es gibt Menschen, die wissen das und haben Ziele und sie werden diese Ziele auch erreichen. Es gibt Menschen, die zweifeln daran. Dann brauchen wir Klarheit, Orientierung. Vielleicht für einen Moment mal nach innen schauen, mit uns selbst zu klären, wo ist mein Platz. Dazu eignet sich natürlich die Ruhe und die Meditation. Dann bekommen wir mehr Klarheit, weil unsere inneren Stimme sagt auch. Dann können wir das als Ziel setzen, dann wissen wir schon die Weg, weil die Ziel ist der Weg. Diese Karte bedeutet auch Reisen und das kann auch eine Bedeutung sein. Aber wichtig ist, dass wir erkennen und Erkenntnisse haben, wo ist unser Platz und diesen Platz sollen wir sichern. Dann bekommt es eine Struktur und gibt uns Sicherheit und Stabilität. Diese Taro-Energie ist natürlich allgemein, aber Sie können gerne auch nachfragen, in welchem Energiefeld befindet Sie gerade oder was soll der nächste Schritt sein. Und dazu eignet sich ganz gut eine Blitzberatung. Sie schreiben ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Fragen und ich beantworte diese E-Mail persönlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Dendera Susanna Medici. Untertitelung des ZDF, 2020